Ja, hallo und herzlich willkommen hier im LS22 zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist eine spezielle Folge, denn heute möchte ich mal eine ganz alte Ballenpresse testen. Eine John Deere Ballenpresse und den dazugehörigen Ballenanhänger, denn sowas wurde in unserer Kindheit benutzt. Und das wollen wir mal heute benutzen und mal schauen, ob es auch in unserem neuen Ballenlager funktioniert im Verlauf der Folge. Also, würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, dass man den Anhänger auch in dem Ballenlager abladen kann. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert, aber das werden wir dann wohl sehen. Also, ich habe mir die Ballenpresse und den Anhänger auch erstmal im Shop natürlich nur geliehen, weil ich nicht weiß, ob mir das gefällt oder ob das richtig funktioniert. Deswegen sind die Geräte nur geliehen. Schreibt doch einfach meine Kommentare, wie euch diese Maschinen gefallen. Mir gefallen sie auf jeden Fall ganz gut. Bis jetzt, denn technisch ausprobiert, haben sie ja noch nicht, aber auf jeden Fall vom Aussehen und wenn die Funktion so ist, wie es eigentlich sein sollte, dann ist es eine schöne Maschine, um sie hier auf unserem kleinen Hof zu benutzen. So, jetzt sind wir schon an der Wiese angekommen. Da habe ich schon Heuschwan gelegt und jetzt würde ich mal sagen, probieren wir erstmal. Jetzt müssen wir erstmal die Maschine ausklappen in den Arbeitsmodus und dann geht es mit den Ballenpressen auch schon los. So, anschalten, Pick-up senken und dann schauen wir mal. Das hier funktioniert. Wir nehmen einfach mal die Innenbahn. Oh, auch sehr schöne Animationen von dem Presswerk. Oh, da kam der erste Ball. Wahnsinn, wie das hier läuft. Das funktioniert ja 1A. Das sieht ja top aus. So, ich mache das mal so, dann könnt ihr ja ein bisschen sehen, wie das hier funktioniert. Das funktioniert ja super, klasse. Alter, das muss man ja sagen, das sieht ja richtig genial aus. Also das, alleine, dass man das schon sehen kann, wie die Ballen da fliegen. Dafür hat sich das Runterladen der Presse schon auf jeden Fall gemohnt. Gut, ich muss sagen, der Schwad-Einzug, der ist ein bisschen schmal. Also da müsste man wahrscheinlich eine kleinere, müsste man wahrscheinlich auch einen alten Schwader benutzen, dass der kleinere Schwad macht. Aber man muss versuchen natürlich hier 100.000%ig in der Mitte zu fahren. Dann kriegt der auch alles mit. Aber das ist ja genial, wie die Dinger hier fliegen. Das sieht ja richtig gut aus. Das kann man nicht anders sagen. Das sieht auf jeden Fall super aus. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die Ballen sind, aber das sind irgendwie, kann man nicht so groß sein. 500 Liter oder so? 560 oder so, was ist das? Ich glaube, das ist ja geil. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Das ist eine richtig coole Presse. Oh, in der Kurve können wir natürlich aufpassen, dass er nicht gerade die Ballen schleudert, aber er ist noch reingegangen. Oh, da geht einiges an Ballen rein, aber das sind auch, glaube ich, kleine, handliche Ballen. Die kann man auch, so war das zumindest früher in der realen Landwirtschaft, die kann man natürlich auch super gut per Hand verladen oder auf dem Heuboden packen. Mussten wir früher immer als Kinder machen, haben wir die Dinger immer gestapelt auf dem Heuboden oben. Da gab es noch so ein schönes Transportband, da musste einer auf dem Anhänger stehen und der andere hat unten die Ballen immer aufs Band gemacht. Und dann oben musste man die in Empfang nehmen und dann wurden die auf den Böden früher richtig schön gestapelt. Das macht man für die Tiere im Winter immer genug Heu und Strohbein natürlich auch. Also diese Presse kann natürlich auch Strohbein pressen, nicht nur Heu. Aber ich mache jetzt hier Heu, weil das brauchen wir auf jeden Fall für unsere Tiere, für Mischfutter. So, oh, da ist einer neben der Feindliste. Die Purge, die Purge, die Purge. Gut, den kann man nachher auch noch so einsam. Aber das gefällt mir nicht, das sieht super aus. So, ich würde sagen, zwischendurch zeige ich euch vielleicht mal im Shop, wie das Ganze aussieht. Das ist nämlich im Shop, habe ich sie natürlich unter Pressen, unter Ballenpressen. Hier ist sie, John Deere 348 Quaderballenpresse. Benötigt 50 PS und macht, ah, da steht es 120 Zentimeter Ballen. Kann man hier auch noch die Farbe umändern, grün und gelb. Ich habe natürlich dann mit gelb genommen. Und dann gibt es noch den Ballenladewagen dazu. Ballentransport heißt es natürlich. Das ist der hier hinten. Das ist so ein ganz schlichtes Ding. Da kann man halt die Hauptfarbe kann man umändern. Ja, nichts Besonderes. Der kann auch noch die Seiten, kann man da auch noch irgendwie runterklappen. Wenn man den jetzt direkt am Trecker dran hat, kann man da auch noch die Seitenteile aufklappen. Zum Beispiel, wenn man den per Hand ausladen will. Vorne kann man das, glaube ich, auch noch ein bisschen runter machen. So wie ich das nachgeguckt habe. Ja, so sieht das Ding auf jeden Fall aus. Und ich finde, das macht echt Laune. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal bis zum Ende, die Bahn hier zu Ende. Und dann schauen wir mal, ob wir das bei unserem Ballenlager dann auch abladen können. Ich denke mal, dafür müssen wir die Presse bei dem Anhänger sicherlich abhängen, weil den können wir jetzt nicht auswählen. Das geht irgendwie nicht. Aber das macht auch nichts. Da passt ja einiges rein. Wir fahren die Bahn einfach nur bis zum Ende. Macht hier auch seine 9 kmh, kann man damit fahren. Das sieht auch ganz entspannt aus. So, dann würde ich sagen, wir sind hier am Feldkinder angekommen. Dann machen wir das mal kurz aus. So, den haben wir jetzt abgehängt. Ach, wir können uns ja eigentlich, können wir auch mal schnell den zweiten Trecker holen. Dann geht es ein bisschen schneller. Da brauchen wir nicht immer mehr. Dann nehmen wir mal unseren Fendt hier. Den guten Fendt-Favorit 824. So, dann fahren wir mal schnell auf zu unserer Wiese. Und dann schauen wir mal, ob wir die hier in den beiden Lager abladen können. Das wäre natürlich gigantisch. Wir müssen noch mal schnell auf der Wiese bauen. So, was ist das? 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 So, angehängt und losgefahren. Schauen wir mal. Die Purzeln hier aber durch die Gegend. So weit sind wir hier. Jetzt gehen wir mal ein bisschen dezent. Versuchen, das gleiche zu parken. Das sind so ein bisschen von hier. Und fuck. Oh, das ist jetzt mal so ein bisschen. Ja, Drehschämen rückwärts einparken, das ist nicht immer das Einflugste. Ja, Drehschämen rückwärts einparken.